Ich bin hinten rumgelogen, ist das schlimm? Hey, jetzt kommen die erst raus! Sackzecke! Ich mach einfach nur Spray & Pray, so ein bisschen wie bei Call of Duty mit der G18. Einfach aufs alles forthalten. Oh Döste, passt schon. Ja. Hol ihn doch endlich mal. SMG! Verbraucher hat bloß Munition und wie Sau, ich hab bloß nur 50 Schuss für die Waffe, obwohl ich regeneriere. Einfach in der Hand halten, weiterhin. Ja, ich weiß. Wann tun die hier viel Wäsche waschen, ey? Guck mal, da ist noch was anderes. Die scheiß Sniper. Nee, ich treff nicht. Ich treff mit nem Combat Weifel besser auf den Blöden, wie ich das... Ja. Tust du. Ihr macht das schon. Ich treff mit nem Revolver besser als mit meiner Weife. Weil mein Revolver genauer ist. Ich brauch nen anderes Sniper, ehrlich. Merk grad, ich bin ohne euch nicht viel wert. Ist immer so. Was bist denn du? Was bist denn da oben? Ach, da musst du nicht alles umkratzen. Kannst du mal mit deinem tollen Sniper zeigen, was du kannst. Ich hab's gar keinen Sniper, was trifft das Beste doch. Aber komm mal wieder runter, was da oben macht nicht so viel Sinn. Jetzt neue Stärke. Wart mal so. Huh. Wo ist denn du hin? Gold. Wir wollen Gold. Klick, 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 klick. Hä? Wo seid ihr denn jetzt schon wieder? Na da wo's lang geht. Du bist weggerannt. Ich häng hier immer noch fest. Ja komm einfach hergelaufen. Ja ich bin grad kurz vorm Verrecken. Ich hab grad ein paar Granaten eingesetzt, damit das mal ein bisschen hier vorangeht. Ich hoffe nicht. Ich glaub ich muss jetzt grad oben lang. Ich bin einfach zu viel gegangen. I'm Batman! I'm Batman! Scheiße, ich häng hier fest, ey. Ich halt hier lang. Gut, ihr könnt wieder Zug machen. Ist das ein Knallhopper? Ich glaub ich nie. Noch ne Trophäe für meine Wand. Ah, Lebensenergie ist doch schön. Hm, nochmal Lebensenergie. Vor allem wenn wir denn den Leuten auseinander nehmen. Hm, ich hab ja ja gesagt irgendwie könnt ich theoretiert.. Ja gut, jetzt kann man weiter gehen. Der ist jetzt endlich da. Tu tu tu, der kommst doch gar nicht so einfach raus oder! Ich bin raus, dice! Und ihn rauchen. Rein war einfach. Äh, bin ich jetzt dem rum geruckelt. Bist es auch immer drauf gestanden oder was? Uehhhhh Uehhhhh Übrigens die ganzen Charaktere, Charaktere vom ersten Teil, die man hier spielen kann, kommen im zweiten wieder vor. Ja. Von Roland und Lilith weiss ich schon. Ich glaub eigentlich gibt es auch bei vielen Weil- Gamester Test haben sie gesagt kommt alle drauf vor. Warte ich tu euch gerade euren Wagen. Nein, das machst du nicht. Fahr schon, fahr schon. Ich hab's noch geparkt, bevor Kuppi eingestiegen ist. Dammit! Vor allem jetzt mach ich so großer! Äh, waren wir grad zu dritt in einem Auto? Äh, ja irgendwie schon, ne? Wir sind beide zwei in dem Turm. Das ist das Geile! Wie geil ist das denn? Doch, mach mal, mach mal! Ich bin mal zu dritt im Auto fahren, bitte! Ne, jetzt geht's bestimmt nicht mehr, wenn ich ausgestiegen bin. Der hat ja gerade wieder reingeteleportiert. Ja. Komm, mach mal! Das geht noch mal? Ne, das geht bestimmt nicht mehr. Ich bin genau in dem Moment eingestiegen, wo das Auto neu generiert wird. Das war richtig. Ne, okay, na dann halt nicht. Ich hab' die Unruhle-Sanis! Warum fahren wir eigentlich nicht Auto? Weil wir nicht so weit müssen, weil wir uns hier direkt um die Ecke müssen. Wo wir genau dann weit kommen mit dem Auto. Ich bin grad fast vom Shit zum Auseinandergelegt worden. Du fährst in die falsche Richtung. Wie schmeckt dir das? Also, ich weiß nicht. Fürs Sniper nicht. Weil über das Auto drüber geht. Jetzt steht meins im Menschen-Position hinter deinem Spiel. Jetzt wird er Sex haben. Was? Sex? Ja, mein Auto stehst du da. Naja... Das sieht eher nach 69 aus als nach richtigem Sex. 69? Ja... Dann müsste meine Fahrkabine an deinem Schützenplatz liegen. Naja... Damit das klar ginge. Naja... Ist schon eher... Ist schon eher so rum, also... Naja, egal. Ach nee, das gucken ja zum Glück keine Minderjährchen, ne? Sag mal so, wenn sie es gucken, dann ist es eh zu spät, weil das Spiel ab 18 ist. Kannst du es nicht markieren? Ey, da kommt trotzdem bloß um 3 Sekunden hier Warnung von wegen, da ist Gewalt drin bei YouTube. Vielleicht habe ich dich angesehen. Dieses Alien-Karten-Schwarzen-Dings. Das hat mich zweimal niedergestockt. Das ist bloß ein halber Kopf. Du... Also diese komische SMG, wohin die überfliegt? Ihr macht das schon. Warum benutzt eigentlich immer die Waffe, die ich gerade nicht geskillt habe? Ich bin so ein toller Typ, ey. Ja. Bist du. Damit du nochmal umskinnen kannst. Ja, das seh ich schon. Ich seh es kommt. Das ist so ein Gefühl, der will sagen, äh, jetzt bin ich ganz ehrlich als Sniper. Jetzt bin ich wieder drin. Naja... Top, Marco. Fein gemacht. Was willst du? Einen Schluck gegen die Karte. Abschließen. Es gibt noch zwei... Weiß bloß nicht, welche wir zuerst. Vielleicht müssen wir nach Kroms Canyon. BAM! Biss in die falsche Richtung unterwegs, Felix. Ja, ja. Ich wollte das gerade mit dem Repeater. Aber irgendwie ruckt es doch, bin ich der Meinung. Komisch. Hast du noch irgendetwas? Irgendwas im Hintergrund an, Guppy? Nee. Ich hab alles ausgemacht. Ich hab Internet an. Uh, das wär günstig, wenn du übers Internet spielst, das du Internet an hast. Nee. Ich hab Browserfenster haufenweise offen. Dummerweise zeigt es sich halt hier nie an, wo die nächste Schnellreise ist. In welche Richtung wir da müssen. Deswegen kann ich ja nicht mehr sagen, wo wir genau hin müssen, um möglichst schnell da hin zu kommen. Das war gerade ne doofe Idee. Unter Umständen hab ich gerade um so ein Video geschrottet. Warum? Raustappen während der Aufnahme am Markt will Bandicam anscheinend nie. Ja, kannst ja nochmal schnell überprüfen. Moment, dann kurz Pause. So, jetzt geht's weiter, nachdem wir das mal kurz getestet haben. Wir haben ja hier auch einen Tag-Nacht-Wechsel, fällt mir grad so auf. Ähm, ja. Also, anscheinend hat es das Video nicht geschrottet, deswegen werde ich es hoffentlich hochstellen. Zumindest Großteils. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter. Redest du grad für die Aufnahme, oder? Ja, ich rede grad wieder für die Aufnahme, ob du das glaubst oder nicht. Ich rede das grad wieder. Ja, weil wenn du, äh, das nicht hochstellen kannst, dann wird das sowieso niemand hören. Jetzt nehm ich ja wieder neu auf. Ach so. Das ist nur, weil ich gerade rausgetappt hab und, äh, das beim Raustappen irgendwie Bandicam die Aufnahme unterbrochen hat, da kam ne Fehlermeldung und dann tust du die Datei nicht zu Ende schreiben und das mögen viele Programme nicht, wenn die Datei nicht zu Ende geschrieben ist. Dafür tust du das einfach neu schneiden, so wie du das letztens bei TF2 gemacht hast. Aber wenn du es nicht mehr bearbeiten kannst, weil es das Bearbeitungsprogramm nie öffnen kann. Genau. Dann hilft das nix. Also. Im schlimmsten Fall habt ihr jetzt eine, wenn's irgendwie nicht klappt, habt ihr nicht so genau getestet. Habt ihr jetzt ungefähr eine, ähm, hier ist ne SMG. Habt ihr ungefähr eine Quest über, äh, verpasst. Eine crazy Ur-Quest. Und wir haben was Lieblings gefunden, ansonsten war da nichts interesses. Nur so, um uns nochmal zusammenzufassen. Während da grad so ne schöne Bälle. Das ist Kuppi schon die ganze Zeit. Das Treffen müssen wir halt damit. Ist auch die Entfernung bisschen schwierig, weil du halt nicht genau weißt, wo die Kuppi landet. Ja. Das glaub ich dir sogar. Bei einem Sniper haben wir jetzt 213 Schaden und... Was? Okay, das kannst du ja getrost vergessen, glaub ich, in die Kiste. Wie glaub ich'n jetzt? Ah, jetzt 265. Aber die ist 1000 wert. Verkauf ich direkt. 200.000 hab ich jetzt schon, hier ist ne Schrotfinder als Tagesangebot. Ja, 7x34. Da hab ich 12x79. Entgegenzusetzen. Ähm, ähm, oh, 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 da war er. Orientierungslos durch Borderlands. Vielleicht soll ich's lieber so nennen. Irgendwie hab ich heute überhaupt keine... Irgendwie hab ich heute überhaupt keine Orientierung, das ist total schlimm. Ne, ich will nicht blau, ich will rosa. Lass mal in rosa, nimm du das blaue mit, Kuppi. Ja, wollen wir mal. Bin drin. Schauen wir unsere Füße. Schön. Ich nehm' ich auch. Ich hab' jetzt meinen rosa wieder. Wo? Knallharter Feuerrack. Na, super. Tot. Geht doch. Was dein Spaß merke ich grad? Nö. Wieso? Ist viel war mir am Weg? Hups. Ne, oder? Was'n? Hätt's sein. Könnte es wieder bewegen, hat sich grad ein bisschen festgefahren. Au. Ja. Da fahr'n bremmt euer Auto, oder mach ich mir mehr Sorgen drüber. Hättet ihr euch nicht so ne explosive Tonne geschaut, oder was? Einfach nur stehen. Wird sich's aufladen, kann das mal. Yay. Ich muss meine kleine Enten. Penny, du elende. Guck, gaffe. Wenn ihr so vor mir steht, muss ich doch mal drauf springen. Ich muss euch bespringen. Springen. 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 Man. Hallo. Guck, wie hat die Reise initiiert? Ich hab auch gedrückt. Guck, wie später gedrückt. Guck, wie später End. Guck, wie später End. Guck, wie schnell reifen. Guck, wie schnell reifen. Waren wir schon. Würde ich sagen. Aber hier ist Middle of nowhere, hier waren wir noch nicht, würde ich behaupten. Nö, doch. Könnte sein. Guck. Hier gibt's nämlich eigentlich... Komischerweise hat uns das der Claptrap gar nicht angesagt. Eigentlich gibt's noch ne Quest, die man hier abschliessen kann. Schräg sich erst mal annehmen muss in New Haven. Darf ich das mal kurz machen? Sag doch. Eigentlich sollten wir nämlich ne neue Quest kriegen, das Ding überhaupt wieder zu reparieren. Von Tennis. Und Scooter gibt es glaube ich auch ne Aufgabe und so, deswegen... Ich spiele heute höchstens bis 23 Uhr noch auf Feierabend. Ja, ja, wie immer. Schlappschweins. Wie das? Herr Schlappschweins. Ich hab Sonntag, Montag und Dienstag gehen wir bis 1 Uhr gespielt. Was kann ich denn dafür, dass du spielst ohne uns so lange? Ihr wart teilweise nicht bei X-Fire. Genau, Mittel of Nova, Überprüfung. So, Scooter, hat der auch noch was? Dann wollt ihr mal rein. Juuu. Hey, hallo. Willkommen. Ne, hatte nicht. Habt ihr noch was am schwarzen Brett, was man da annehmen kann? Ohja, komm. Vom Umtausch ausgeschlossen habe ich noch ne Mission. Ja, ne. Ich mach. Trivial. Trivial ist das. Vermisste Person hab ich ja. Erst vom Umtausch ausgeschlossen, wo bist du denn? Die ist für Level 21. Rust, komm ins West. Die haben wir irgendwann mal vergessen, das wurde die uns nicht angesagt. Das ist gemein. Hm. Naja, oder? Bleiben. Die eine mache ich, die hier hinten ist. Da bin ich nämlich schon. Und wo nix sinnvolles drin ist. Nur Grütze. Ich weiß nicht warum, aber wir finden grad nur Grütze. Ich würd sagen, wir sind zu... Zu hoch gelevelt. Genau. Ich hab eine für 2000er Sniper und eine für 600er. Also, dollar. Einfach. Einfach. 33 mal 8 Sniper? Hä? Ne, warte mal. Fortsetzen. Ne, Rucksäcke gehen. Ne. Hat sich erledigt. Einfach. Schrotflinte. Genau. Ah. Macht auch mehr Sinn. Danke. Juuu. Ich bin kurz bevor ich auf dem Boden abgeschlagen bin und sau viel Zeug verloren hätte. Ja. Übrigens im Bulllens 2 gibt's auch keinen Fallschaden mehr. Also haben sie gar nicht mehr drin. Okay. Der ist ja hier auch vernachlässigbar, aber... Dort gibt's halt gar keinen mehr. Sehr cool. Wär zu schwierig gewesen zu programmieren, Nick. Hast du heute mein Bild gesehen? Bei dem FB, wo ich das Thermometer mit dem 35 Grad reingestellt hab? Ja, ich hab auch die Kommentare da drunter. Ja. Von der Ehen, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das eine Diva war. Ah. Han Nuk hieß die. Ne, Chinesen halt. Genau. Sagt aber schon den Namen noch komplett an in der Aufnahme. Ja, ist doch egal. Das kann doch eh einen chinesischen Namen. Versucht den mal ordentlich zu buchstabieren. Und außerdem ist der nicht so in Facebook ausgeschrieben. Darum geht's nicht. Darum geht's trotzdem nicht. Ach. Ne, ist ja egal. Und äh... Da hab ich einfach dort... Wir haben ja einen, äh... SMB-Ofen bei uns. Und wo wir den runtergekühlt haben und vollständig offen hatten, da hab ich mich mit dem Thermometer mit dem Rücken hingestellt, damit das schön auf 50 Grad hoch geht. Mit deinem Rücken kriegst du 50 Grad hin? Cool. Ja, damit das Thermometer... Das cool ging jetzt an Guppi. Ach so. Schieß doch mal, Firax. Ich will hier nicht schießen. Ich will einfach durchfahren. Ich meinte ja auch Felix. Und wenn du dich direkt zu dem Rohr dahin stellst, ne? Dann seh ich nix mehr. Ach, da geht's... Da geht's immer noch durch. Schööööön. Mein... Bummerhennig gerade eben? Du wuckelt noch, weil du mit so viel... ...bemme dagegen gefroren sitzt. Komm mir so bekannt vor die Ecke. Sag mal, die sind weg. Sag mal, die sind weg. Guck mal. Hab's gefunden. Oh, weil du es jetzt abgegeben hast. Hä, da hier lag was, was wir aufsämmeln mussten, du Held. Das grün leuchtete. Das grün leuchtete. Eindeutig übersehen. Glaubst du das schon? Für die New Quest, ja. Toll. Was wollen wir als nächstes machen? Die New Haven Quest vermisst die Person, würde ich machen. Guck mal, hier gibt's keinen Quick-Reise-Pall, ne? Hey, fetti! Geh zur Seite! Juhu! Ich hatte den Boden reingepunktet, dank dir. Ich hatte den Boden reingepunktet, dank dir. Der steigt gerade ein. Warte, ich schub's euch mal schnell. Wieso euch? Guck, wir hatten keine Lust mehr, der geht schon weiter. Ey, hält dich halt nicht mal auf. Kannst einfach eh drücken, um das zu drehen, ne? Wenn du rangehst. Es wird zu einfach. Da fahr ich direkt gegen so einen blöden Frame an der Seite, ey. Sollen sie mich doch mal einhören? Sogar ohne Boost. Ja, hab ich das jetzt benutzt. Dein Vordienst ist da. Ha, ihr wart zu langsam. Ihr wart zu langsam. Das war richtig sinnvoll, Marco, ne? Zu langsam. Ich wollte es nur noch mal festhalten, dass ihr zu langsam wart. Ja, ja. Sonne. Juhuuu. Schön, Marco, bleib da. Schön, Marco, bleib da. Wow, das gibt einen sinnlosen B-Peter. Wie die eine Quest. Ja. Ich habe einen Feuer Repeater bekommen mit 36 Schaden. Ja, ne? Wollt euch doch verarschen und einfachen Feuer-Damage. Wo müssen wir die andere abgeben? Äh, der ist keine mehr. Oder? Ihr habt doch schon abgegeben. Also irgendjemand hat gerade die Quest abgegeben. Ja, na die, die wir... Ja, die von Marcus. Ja, die von Marcus. Und die, die du gerade gemacht hast? Die hab ich auch gerade abgegeben. Achso. Die konnte ich hier direkt abgeben. Die haben die neue dafür bekommen. Die haben die neue dafür bekommen. Ein unrichteter Antra auch. Das ist das, was wir dafür bekommen haben. Ja, wir haben auch eine neue bekommen. Ähm, Feuerkraft. Marktkorrektur. Wollen wir die machen? Ist immer noch Level 21. Ja. Rust kommt ins West. Waren wir da nicht gerade schon? Verzieh dich! Benni! Soll sie verziehen? Ich wollt da durchfahren! Danke! Alter Schwede! Hat sich bestimmt gerade schon gedreht bei euch. Das ist eine Fahre aus bei mir! Also bei mir sah es so aus, als hättet ihr ja gerade 6, mindestens 6 Umdrehungen um eure eigene Achsen gemacht. Ich konnte sie zählen. Ich war auch gerade irgendwie beim Springen, als ich zugeschlagen hab. Denk hat's wahrscheinlich so übelst weggepfeffert. Oh, das ist schonmal falsch. Oh, das ist schonmal falsch. Tja Benni, wenn du zu langsam bist. Moment ist zu stark. LOL. Haben wir das nicht beide holt? Jetzt ist es rot! Was? Ach, lol! Oh, nö ey! Vor allem hat sich das totales Auto gebracht. Ehrlich. Ne, können wir nicht andersrum fahren? Können wir außenrum fahren? Da können wir auch nicht durch, oder? Du musst gucken auf die Karte, du bist Beifahrer. Na, in die andere Richtung. Also da links. Vornher links 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 links. Das ist nicht links. Ich wollte einfach mal lang. Was hier? Ja, da durch. Wie gesagt, das wollte ich halt von dir wissen, ob das geht. Ob das geht, weiß ich nicht. Ob wir da hier durchkommen. Gut. Dann, halb rechts, sei den Berg hoch. Das war nicht ganz das halb rechts, was ich meinte. Ach so! Das war zu weit, was du gemacht hast. Ja, wenn du sagst, halb rechts, das war halt für mich nicht ganz... Ganz rechts wäre für mich irgendwie... Ich bin im Rischen-Doro. 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 Hier, hier, hier raus. Ah, okay. Da. Da. Da müssen wir irgendwas aktivieren. Ah, wir sind da bloß anschieben, okay. Bumm. Jetzt. Kaputt. Wenn die brennen, gehen die mit der Zeit kaputt. Ist das halt so sinnlos. Kommt. Klatsch. Klatsch. Aua. Die macht ja schaden. Kann die erkundieren. Ja. Die sind alle ver-älie. Noh, das Muss fallen. die letzten zwei, oder? Nee, doch. Schuld in der Ausnahme. Das Niveau ist... Leute singt für sie das Nivea. Das ist schon gar kein Niveau mehr. Du kannst das, nee. Zu irgendeinem bekloppten Schnellreißsystem, bitte. Aua, Saga, du kannst das, nee. Bitte. Wuhahaha! Ich bin grad total hochgejumpt. Hochgejumpt! Ja, mit Boost und so. Nein, ich häng natürlich wieder fest. Tja, man muss halt können. Kunst kommt mit können, was würde das ja Wunst heißen. Wenn Wollen kommt. Achso, wenn es von Wollen kommen würde, würde es ja Wunst heißen. Da fehlt ja noch irgendwas. Bin ich zehn Meter recht hinter euch und treffe euch nicht mehr, ey. Ja. So ist das. Man braucht halt Skill für das Spiel. Skill. Genau so wie bei Diablo 3, da braucht man auch voll den Skill. Was ist denn jetzt los, lol. Auf dem Claptop gespawnt. Irgendwie bin ich grad im Kreis gefahren, dann hat es fertig gedacht, dann bin ich nicht mehr im Kreis gefahren. Aber ich glaube, wir müssen doch hier eh abgeben. Und bevor ich da immer um das ganze Ding drum herum fahre, gebe ich lieber ab einfach. Nicht so wie manche Anjan. Mwahaha. 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 Oje. Ich bin natürlich auch noch müde. Da. Ne, Benni, also das gibt's absolut nicht. Müde wäre ein bisschen... Wo ist da dann Pan gehen? Ne lila SMG. Die im Prinzip keinen Schaden hat. Ich hab nur ne grüne bekommen. Ich hab nur ne lila SMG. Ich hab nur ne lila SMG. Ich hab nur ne lila SMG. Ich hab nur ne lila SMG mit Schockschaden. 22 Schaden und Doppelschock. 22 Schaden? Ja. Eine grüne hat ja schon 28. Und fast vierfache Waffen, so was. Kannste dir hier geben, da. Hastste. Sieh dir das an. Oh ja. Schönen Sinn was. Verkaufen. Hey, meine 2000. Warte. Ich hab ne Detonation Sniper mit 112. Aber gingen's da. Ähm, 111. Machen weiterhin die bittlichen Quests, oder? Ja, ja. Wieder Rust Cummins West? Wie oft noch? Nochmal Waffenlager zerstören? Hey, ich fühl mich grad hart verarscht. Ja, ich auch. Kann er das nicht gleich auf einmal geben, alles? Zerstöre 50 Waffenlager und töte drei Leute? Ich wollte das Auto mitnehmen. Kannst du das Auto direkt ins nehmen? Nein, ich wollte ein neues. Hä? Was? Kannst du das direkt ins Auto nehmen? Nein, ich wollte ein neues. Ich mein, ich wollte das. Ich wollte kein neues. Verdammt. Außerdem. Ich hab's ja über die Schnellreise gemacht. Deswegen. Das Auto wird so immer weg. Dann folge mal, Mann. Wo müssen wir diesmal hin? Oh, sind ja schon da. Yeah, 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 yeah. Gut, 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 gut. Na klar. Jetzt schon wieder neue Jobs in die Webe. Ehrlich? Hab das grad gesagt? Bei mir hat der Claptop das gut gesagt. Bei mir nehm ich nie. Helene. Helena, irgendwo. Ach stimmt, Helene, doch, Helene. Hier ist doch vorhin angesagt. Verdammt, hätten wir vielleicht direkt mitnehmen sollen. Ja. Aua. 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 Was machst du denn du hier? Ich hab's gesehen, da war ne Shotgun. Hier ist ein Sniper wieder. Irgendwo fehlt hier noch einer. Der hat 257 Schaden, Benni. Interessant. Äh, ja. Auch irgendwo drinne, oder? Wie viel Genauigkeit? Ja, hier unten im Gang. Das hat ne höhere Genauigkeit, aber schieß natürlich wesentlich langsamer. Naaah. Das langsame Schießen ist halt auch scheiße. Achso, haben wir jetzt. Aber dass man das grad in so einer, äh, cranny hier findet ist. Noch mal nach New Haven? Ja. Wunderlich. Noch mal nach New Haven. Grad bissl nervig. Tendenziell ja. Oh, ich hab den Knallharten. Da sieht die Heli landet. Ne Ahnung. Wow. Das Mod? Schwerer Schützemod. Was hast du gemacht? Ich hab den Knallharten Schläger, der macht mich halt dann doch irgendwann kaputt. Vor allem macht der mein Auto halt ziemlich schnell kaputt. Okay. 8x33 ist weniger als Tieren über 10x33. 8x33 ist höchstwahrscheinlich weniger als Tieren über 10x33. 8x33? Ja. Hau. Ich bin hier die ganze Zeit ständig. Ich bin hier die ganze Zeit ständig! Er hat auch was Blows droppen lassen. Wolltet ihr nur nach New Haven? Ja, aber wenn ich nicht ständig sterbe würde Oh, okay Königin Spider-Run, richtig guppig Auch sterben würde der Cool, wenn du uns helfen würdest, anstatt immer irgendwo, sonst wo rum zu rennen Bin ich nicht? Irgendwo rum? Doch, du läufst halt irgendwo rum Ich bin tot, danke Doch Oder? So schnell bin ich nur Winnie Ja, warum rennt du immer von drei Leuten bist du der, der immer sonst wo rum rennt? Ich bin tot, danke